okay das hat eine reichweite da muss ich mich nicht dass er mit genau hier ein bau ja gut ne ja nicht platz besser wäre es hier hinzustellen da wird es mit pasta wegen ich würde das lager hier abreißen dann würde ich auf jeden fall da oben die gesamten wohngebäude mitnehmen glaube ich muss hier ein berg von den berg abreißen die muss auch gut passen die halt nicht mal so irgendwie so hin muss mehrere badehäuser bauen hinten noch eins ich muss welches lager da abbauen weil da ist jetzt auch nicht so viel drin kriege ich das hier wieder los machen so auch nur abreißen ich bin ja alles hier reinschauen ja und alles darüber da ist noch platz gut dann machen wir das bad aus dies kann hier nicht platziert jetzt ist das feuer da noch ein weg ok vorher muss leider weg du okay Ich muss schon wieder nachschleusen. Was ist los? So, haben wir denn genug Leder? Ja, ja. Achso. Was ist hier los? Da brauchen wir was mit Fleisch, ne? Ja. Ich habe gleich mehr. Wir nehmen ein Bildfleischstück. Das hätten wir. So. Und über der Schneiderei. Das ist auch leer. Okay, einmal können die noch herstellen und dann müssen die ein neues Produkt auswählen. Ich wollte Reserven, glaube ich. Mal wieder fooling, ne? Sind die denn gewachsen? Oh, ich muss wieder Kräule schnackieren. Ja. 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 aber ob genug seife wenn wir jetzt ein badehaus haben wollen jedoch ist fertig und gar nicht er ist in der arbeit da er macht mit dem wasser heißt das wasser gesundheit der bürger plus 40 die schutz hier nicht niedrig bürger sind kränklich bewegen sich langsamer jahre könnte sich putzen gehen ich war schon gehen so manchmal tritt habe ich zuerst gespielt ja diese schon lange her drei wochen ja ich nur drei spielstellen Oh, ich habe meine Kräuter. Okay, brauchen wir wieder Holz? Ja. Wir haben schon wieder Nudeln. Die nächsten Punkte, ne? Die mache ich. Die mache ich. Man kann doch sehen, so diese Baumkultur, dann auch nur den Heinen. Der ist da unten. Ich halte den Heilfrei, der gedüngt werden kann, um den Ertrag zu schnöhern. Gleich funktioniert wieder Obstgaden. Okay. Mit Gärtnerei. Bauen den Feldbereich Kräuter- und Sonderkulturen an. Ah, ja. Hier müsste ich, ich muss so, die so darunter. Das heißt, vielleicht mache ich das nächste Sinn. Nein. Wir könnten natürlich, es würde schneller gehen, wenn wir hier mehr Entwicklungspunkte bekommen. Darunter muss ich so lange. Das heißt, habe ich hier was in die Bildung gepackt. Und die Bildungseffizienz. Und die Bildungseffizienz. Weißt du, dass ich Schülpapier gehe? Und als nächstes wäre das Internat, na? Das könnte ich natürlich auch machen, ne? Damit das schneller geht, aber dafür brauche ich Stahl und Möbel. Oha, da kann ich sowieso nicht machen. Und Bücher? Warum guck ich mal auf? Kann sowieso nicht machen. Da kriegen wir irgendwas. Wollte ich nicht auch irgendwas mit der Lieferung machen, dass die Leute eine mehr Zeit haben. Wollte ich auch nichts machen, habe ich das gemacht? Du bist nicht, ne? Wie das, dann arbeiten die besser. Wie das hier, wollte ich machen, ne? Wie gesagt, ich mache diese Lieferung, weiß ich noch. Dann habe ich es noch nicht gemacht. Wollte ich auch was anderes machen. Ja. Bliederwaren. Benötigt rum, Phil. Ich habe keine Ruppen. Wollte ich das kaufen? Wie brauchst du denn dafür? Umfeld, seltenes Textilmaterial vom Fischerhafen. Fischerhafen. Das ist aber nicht der Angler, ne? Fischerstieg. Fischerhafen. Oha. Oh, die Seuche ist gleich, ne? Böger sind krank. Oha. Hörbar Kontakt. Da sind wir nur zwei bisher. Da sind wir nur zwei bisher. Geld. Wie den Wachs. Tee. Stahlzwiegene. Das ist alles, was ich selber herstellen kann. Brauche ich jetzt nicht unbedingt Süßigkeit nicht genommen. Vielleicht noch mal sonst. Tschüss. Der meiste Wachs wächst, ne? Ist gut. Die ist auch so krank. Oha, das wäre eigentlich ein Klappen. Oha, das wäre eigentlich ein Klappen. Ist schon ein hübsches Städtchen. Das wäre eigentlich ein Klappen. Man. hmm. 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 haben wir jetzt hier essen durch die zwei sind noch jahre regelt sich durch und selbst muss der arzt wieder krank der arzt wieder krank wir haben kein arzt mehr das ist ein problem welches arzt freien stein stelle wird er halt auch wieder krank und stirbt er trägt sich schon von selbst weil ich drei knochenbrüche ich brauche schon arzt wie nehme ich da nehme ich hier einen händchen wir sind schon abgewandert durch die leute reingemacht so der holz will er wird jetzt zum arzt steiler karriere aufstieg das pferde innen habe ich auch die wir haben einen punkt noch mal mit dem tischen ich habe noch nie ausgemacht ich finde den fischer haben also dennoch nicht nicht mal den angeln stieg es kommt von anfang habe ich schon in den langen stieg ich habe auch schnell dann nicht reich ich trage bauer ziegel und sagen aus der sandgrube haben wir nicht so was überhaupt nicht schon eine sandgrube auf jeden fall salz nur ist das hier salz jedes sand ich habe niemanden das ist als nächstes sand holt ist eigentlich mit dem leben aus 120 so und Was war das für eine? Was brauchten wir hier noch? ziel ein ofen fabrik habe ich ja noch nicht besucht und ich gefunden in ofen fabrik das dafür bräuchte brennhof übrig dass er hier schon herstellen muss schmelzen schmelzwerk das ist nicht das müsste ich machen also entweder das war und die logistik ich werde aufschreiben hier in den heilen wollte ich auch noch ja natürlich noch eine zweite vor zweites forschens tut man ja mit papier mittlerweile deswegen sind wir hier mittlerweile papier wieder wir haben die so viel papier und die nicht ich dachte ihr könnt mir auch papier machen verwenden es ist jetzt offen ist ja hier auch offene die verwenden das ich habe die lehrerin keine zeit gehabt papier zu holen da waren die schneller wahrscheinlich wir haben einen von dem guten gar nichts mehr wir haben sich das alles weg cloud die penner mit die schule kriegt nichts sie müssen auf päebelchen zu schreiben ja dann muss ich wohl noch mal bäume fällen natürlich nicht hier in dem kreis könnt ihr nachbauen jetzt ich habe extra viel aber hier unten eventuell bäumchen weg machen und hier kann man noch mal wir bauen holen wir haben zwar noch 120 über diesen stelle weg dass man gucken kann gibt mir keine kräuter ja weil die so dass sie etwas gebessert der stress auch da geht ein bisschen wieder aufwärts hier haben wir keinen priester ja es wird hier aber mal wie ich sehe ich so wie ein friedhof brauchen auf abreißen und mal neu sitzen aber ein bisschen tricksen weil irgendwann ist meine gesamte map nur aus wieder nur aus friedhof bei meiner weisen herrscher wir kommen in den geisterton ist das kommt in der geisterstadt der erste siedlung da ist der siedlung da hat mir heißt das manchmal anziehungspunkt tristenort für osthunter hier ist nie die straße weg wieder offen trotzdem ja hier brauchen wir noch steine aus pflaster steinen muss und ist jetzt besser habe ich den pflaster steine 65 steine ich soll ich mal das ist doch dasselbe oder nicht da sind stein wohnen und das ist eine stein straße ist so oder das hier pflaster einfach hier beim mit dem hier das ist eine schwierigkeit höher wo sie so zeugchen bringen müssen am besten so 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 hat nicht funktioniert so das müssen die aber nicht bauen ne das habe ich jetzt einfach so gesetzt hm hm wie habe ich davon noch 160 und dann müssen die das noch machen das ist auch nicht kippen ich möchte von oben sehen wirklich ah die machen das jetzt noch erst okay er macht erst mal ich weiß gar nicht ob ich überhaupt so viele habe aber überhaupt noch genug von denen nur noch zwei schon mal drei ne 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 weil da könnte man ja die produktion zum arbeiten 606 ja da kann man auch schon dass irgendein muss jetzt hier abziehen damit wir die produktion machen können uns verdient mir das viel wieder im lager also das hier ist so ein pögel für dich aus dem haus gehen wenn ich das hier abziehen posieren er kommt in die foto ja ich muss noch mal nach es tut mir leid meine nase nix Cool. Nice. Kommt doch schon wieder. Spannend. Zehn haben wir schon. Ich kann euch jetzt schon Tiere rein. Gut, ne, ich bräuchte den Alt-Auchen. Was ist denn los? Die Sterben alle. Warum geht's euch nicht gut? Was los? Weiß man nicht. Habt einfach einen beschissenen Winter. So, man kann ich heute da auch noch was. Ich magiere Kräuter. Meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel. Es gibt nichts Schöneres. Nichts. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So Da habe ich noch was gerade gegeben getan Okay, ist wieder besser geworden Aber die Stimmung ist auch ein bisschen am Ein bisschen am Kränkeln Was haben wir denn für den Fortpflanzung momentan? Wissen wir nicht 42% Hm Da kommt ein Handelsschiff Da kommt noch mal Einwanderer Hier erhöht sich der Ertrag Gutes Ende Hier wird angepflanzt So 40 haben wir jetzt mittlerweile Ich muss halt dann irgendjemanden noch hier wegziehen Ich würde dann noch einen Förster rausnehmen Ich bringe eh nicht so viel Will ich nochmal so und würde dann hier in die Hier reinpacken So wir machen jetzt den Förster weg Der Rähendorf ne Der Rähendorf der hat schon immer den Traum Ähm Hirte zu sein Und welches Tier noch immer Ich nehme das Rind Und das mache ich jetzt hier Rind Produzieren Rind Ne muss ich jetzt nicht einfach erstmal die Schlachten Erstmal keine Schlachten Weil die müssen sich jetzt erstmal vermehren Wie krieg ich das Vieh da jetzt rein? Hm Diese Tierart ist nicht in deinem Besitz Lass mich verraschen Ich habe das nicht in meinem Besitz Das ist wahrscheinlich noch nicht da drin Ich habe die bringen da jetzt rein Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst noch reinbringen soll Rindolf, mach mal Wo bist du? Rindolf, du kommst Rindolf, ne Eil Du musst das Vieh abholen Na? Rindolf Es ist doch Rindolf da noch, ne? So, Rindolf Jetzt habe ich den Rindolf verpasst Wo ist Rindolf? Da ist der Rindolf Der wohnt direkt auch sogar in der Nähe Hier, guck mal Was macht der jetzt? Leder Hä? Rindolf, du sollst das Vieh da reinbringen Rindolf, du bist ein schlechter Hirte Du sollst das Vieh hier Das Wut halt schon, ne? Aber ich möchte das noch rein Herrje Es ist aber hier raus Guck mal Hier steht auch Die Tierarzt ist nicht Jetzt ist da Ist die jetzt weg? Nur kommt das noch Kommt das jetzt an? Sieht man, dass die Fragen war Fragen Und dann geht das noch hin Es ist die jetzt schon geschlachtet worden. Ich habe aber extra weggenommen. Sie sollten sich jetzt erst mal vermehren. Dieses Tier ist nicht in deinem Besitz. Hier wurde schon Rindfleisch und Leder produziert. Das geschlachtet, die Sau. Das ist nicht in deinem Besitz. Das ist nicht in deinem Besitz. Ich habe gesagt, ich habe das nicht in deinem Besitz. Das ist nicht in deinem Besitz. Vielen Dank.